... und zieht es nicht lange durch, aber das ist von sehr, sehr... ... und voll in die rechten Hände, das ist genau das, was ich hier sehen will. 85 Punkte, zweite Runde 86 und jetzt ist er eh schon ziemlich gut dabei. Jetzt kann er nochmal einen dritten, noch perfekteren Lauf drauflegen. Ja, da fehlt jetzt ein bisschen Winkel, geht aber in den starken Winkelhänden, schön lange gezogen, super, da ist die nächste 50. Jetzt kann man die Mauer, die Mauer, die Mauer, die Mauer, die Mauer... ... und der kleine Rundfunk, das wird hier eben, da ist der kleine Rundfunk, da ist der Rundfunk, da ist der Rundfunk, da ist der Rundfunk. Also nochmal so gut, wenn man das rauskriegen, aber die Dichsechen... ... und die Dichsechen...